Hi Leute, herzlich willkommen zu Trouble in Terrorist Town. Heute mit dem Dalu. Ja, ja. Echt. Der Arne. Hallo. Diko. Ha. Goro. Ha. Trenz. Horsi. Horsi. Crabz. Max. Hi. Nightshade. Und den Nils. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Wie heißt die Map? Wo sind wir? Wir sind im Knast. Wir sind im Knast. Übrigens waren Leute, die jetzt Nightshade lange nicht mehr gehört haben. Wir hatten jetzt zusammen mit Vita einen Kanal. Hat er eine Woche jetzt gekauft schon? Stammbesetzung und Nightshade. Unglaublich. Wer besorgt mir eine Waffe? Wer möchte mir eine Waffe besorgen? Hallo? Waffe. 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 Aschkratzer. Aschkratzer. Ich brauche eine Waffe. Nimm das. Wer guckt dir das an? Wer guckt dir das an wie die Person hier vergewaltigt wird. Wo? 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 Grants hast du eine Waffe? Ja. Wir wollen eine Waffe. Mal Pumpe tauschen. Ha. Ne Diegel. Ne Diegel. Ne Diegel. Hab ne Diegel. Und. Boom. Das wäre lustig. Warnlos. Du schießt nicht nochmal auf den Detel. Das ist auch keine Schotzi-Muni. Da ist auch umlangschotzi-Muni drin. Ganz viele. Im Schrank. Ich krieg mir lieber ein. Hat da grad jemand mit der Fresse? Ich hab doch dir grad ein Feuer gehört oder? Ich bin verkehrt. Hat die gerade einer gebürt? Chico lebt wieder. Nein ich hab's aber auch gemacht. Ich hab einen Poison-Dart. Poison-Dart. Ich hab auch einen Poison-Dart. Im Arsch. Poison doch einer. Ich hab doch einen Poison-Dart und eine Brandkanade oder was. Chico brauchst du eine Waffe dafür? Ich hab einen Poison-Dart. Blackfly rette mich. Ich geh grad nicht. Ich muss grad mein eigenes Leben weg. Hol einen nach unten. Detective zu Horchi. Hallo Kranz. Da haben wir ihn abgeschossen. Alle sind Poison-Dart. Das hab ich nicht gesehen. Detective schnell zu Anne. Ich hab ihn getraded. Ja ich hab noch so gecallt. Anna hat gecallt. Ich bin da kein Detective. Let's crack! Heal Station! Hab ich nicht! Ich hab keine Punkte! Nein! Sie ist verreckt. Sie leuchtet grün. Wie der Hulk. Was hat die mit dem Horchi gemacht? Sie leuchtet aber richtig grün. Hier. Das ist, das passiert. Hast du sie identifiziert? Nein. Sie ist ja dabei. Sie hat einen Traitor gekillt. Ja ich weiß, ich weiß. Ja aber ich hab aber leider keine Punkte. Ey. Na möchtest du's probieren hier? Ne ich brauch ne Waffe. Winter-Rabba. 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 B.T.F. Ich bin verwehrt. Hey Dalu! Du hast uns doch eh gesehen. Du Ganoven. Er ist witziger. Geistert hier noch eh rum. Ja Dalu ist es. Wieso ist er einfach eskaliert? Was ist jetzt passiert? Warum hat denn... Da ist er! AAAAAAAH! Hab ich dich getroffen? Er hat auf mich geschossen. Ich hab dich getroffen. Nein ich wollte auf den Traitor gehen. Doch du hast mich getroffen. Ja sorry. Dachte ich hab nicht getroffen. Ich wollte ihr leben hier. Oh gut Gaming ist der letzte. Gut Gaming ist der letzte. Wieso ich? Weil ich Shigo schon einmal umgebracht hab. Hat ne lange Geschichte. Brauchst du nicht zu wissen. Boah. 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 Du hast mich einfach abgepauert. Direkt am Anfang. Sie hat mir den Diggel neben mich geschossen. Ich hab den eiskalten Diggelhead schon verpasst. Da hat mich wieder überlebt und hab mich mit der Crowbar gejagt. Ey das geile ist, Krebs ist auch ein richtig guter Detective gewesen. Ich hab nicht gesehen richtig. Du hast ja diesen mit Manus, habt ihr ja da diese Vergewaltigung da geguckt. Ja. Du hast du dich umgedreht. Ich hab Manus erschossen. Du bist ja weggerannt in der Zeit. Dann kommst du irgendwann wieder. Anne hat da, Goro hat ja Anne da confirmed. Dann hab ich Goro erschossen. Wolltest du dich wieder weggedrehen? Das hätte jeder mitgekriegen wollen. Das hätte jeder mitgekriegen wollen. Ja ich hab's doch irgendwie mitgekriegt. Aber ich war mir dann voll unten. Ich wunderte mich schon, warum Dalu da plötzlich raus lief. Und dann von wegen, du hast das sowieso gesehen. Ja weil Grenz direkt gesatzt hat. Als er ihn erschossen hat, da drin liegt ein Toter. Und ich dachte, dann hast du dich auch noch umgedreht. Dann hast du dich auch noch umgedreht. Jetzt machst du wieder auf sicher. Oh ey. Ihr müsst eure Dingens kreuzen. Ich kreuze mit Horchi gar nichts. Was ist mit mir schon wieder? Das kann doch nicht sein. Böser Manus. Oh, Goro ist hier die Wacht gelaufen. Das ist gar nicht wahr. Ich hab hier das... Ach so, da ist ein Poster. Ja, wir können hier raus, wir können hier raus. Da läuft die an der Tür vorbei. Was ist das für ein Bild? Ja, dachte ich auch. Deswegen hab ich ja geguckt. Aus dem Weg... Oh mein Gott! Die sieht so aus, ne? Faev... 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 Ich mag Goro bei, ja. Der hat immer so die besten Räume. Goro bei ist immer so ein lustiger Fräume. Ich hab den Dorbach, dass wir gerne hier die Tür aufmachen. Aber das geht nicht. Oh, ich hab ne Plasma. Was? Wer möchte meine Plasma? Oh shit, hier ist was passiert. Hier ist was passiert. Hier ist was passiert. Da ist was passiert. Hier ist was passiert. Ich call einfach mal... Ich bin hier bei Horch und Kuckel. Der sitzt in der Ecke. Ich seh dich. Ich glaub, ich weiß wer es war. Aber ich trau mich nicht. Ich hör alle die Weiß, aber alles... Ja, hier. Hab doch gecallt. Bist du nicht Dete? Ne, ich bin kein Dete. Im unkleinen Raum bin ich. Ja, natürlich haben wir den Diegel. Das ist die beste Waffe im Spiel. Mit welcher Waffe wurde er getötet? Hallo. Call doch einfach den Detektor. Hab ich! Mein Gott! Ich bin nur schaulustig. Ich bin nur schaulustig. Ey, zeig mal her. Ey, lass mich da durch! Hau ab! Friendship Beam! Oh! Max Fly ist Friendship Beam! Max Fly, ohne Witz. Der ist ja... Der war krank. Der ruft doch vorher ne Stimme. Trottel. Bevor der Friendship Beam angeht, ganz, ganz, ganz leise ne Stimme zu hören. Bin fast gestorben. Ja, ich auch. Hier im Haus ging die Welle noch richtig um. Oh, ist das schön. Glaub da nicht hin, Freddy. Alles schön, ich will ins Licht. Grants ist tot. Er macht das ja auch. Daran weiß man das. Glaub Grants ist auch tot. Grants ist tot. Grants ist tot. Grants ist tot. Ja, tue ich bitte. Achso. Oh, ich hab ein Gimmick gefunden. Wow! Naja, vordern. Oh yeah. Keine Ahnung, ich hab es gefunden. Danke, Krabs. Oh, 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 oh. Night Shy and Cheese. Shady! Ich hab's aufs Portal geschossen. Ja, das hätte ich auch gesagt. Shady. Eine ganz gemeine Falle. Ja, da kommt keiner. Ja, geh ruhig rein, Night Shy and Cheese. Das ist ganz schön. Oh, oh, oh. Schon wieder? Du hast nichts gesehen. Okay, ich hab's gesehen. Okay, ich hab's gesehen. Was? Ohne Weise? DNA zeigt doch wieder. Ah, das ist Quatsch. Die hab ich gefunden. Die DNA? Die DNA hab ich gefunden. Oh, komm, da, Alu. Ich seh nichts mehr. Hier, nur eine Portal. Lass mich mit Ruhe. Winterama, Winterama. Das Geile ist, was meine Orbital Friendship Beam Gun, die ich die ganze Zeit in der Hand hab. Shigo töte mich ruhig. Ich seh nichts mehr. Ja, ja, sofort. Machst du das alle? Okay, dann klar. Also, ich töte mich. Ja, irgendwie hast du ja vergiftet. Danke, Alter. Du bist voll witzig. Ey, ich nutz den Poison-Daten nicht, weil... Hoshi ist vergiftet! Hoshi ist vergiftet! Und, da kriegst du ja keine Credits für den Poison-Daten. Das ist die Friendship Beam, Leute, ne? Ja, ich bin jetzt eh tot. Tschüss. So, wie kann man Hoshi high endo mit der Heal Station? Ich zeig ihm das, so reicht man nicht. What the fuck? Wuuuuhuu! Funts! NEIN! Welcher DECK hat mich mit dem... Wieso? Ja! Dann war's doch keiner mehr da zu finden. McFly war's auch, oder? Nein, ich habe aus Versehen nur den Streaming-Knopf gedrückt, anstatt Aufnahme-Knopf. No good game, du lest zwei Leute. Er hat gespoilert, er hat gespoilert. Ich dachte, du wolltest uns in den Dings rein setzen. So machst du das? Goro ist direkt am Anfang gestorben Ja Goro ist so ein witziger Typ Der hat immer die besten Witze drauf Was ist das für ein Poster Goro? Zeig mir doch mal welches Bild das ist Ich wusste ja wer es war Dann wusste ich auch, dass es da war Aber den muss man es mal finden Ich hab sie mir dann nochmal genauer angeguckt Ja da ist ja auch Zeitgast Orchi lass mich durch Du bist voll zu dick um euch zu kommen Hast du nur eine Shotgun? Oh nein, da ist noch einer Nee, okay, dann behalt deinen Scheiß Okay, viel Spaß Jeder für sich oder was? Lorchi? Hat er grad jeder für sich zu Grans gesagt? Ja grad hat jeder für sich zu Grans gesagt Achso, oh Gott sei Dank Warte mal, wenn er das gesagt hat, dann ist... was? Oh mein Gott McFly ist confirm McFly nicht frei zum Abschluss Er ist aber... Oh Ich hab McFly im Scoreboard schon markiert Als easy kill Easy kill Hi Anne Anne wird uns immer wieder beim Duschen und beim Baden McFly wird es zugeben und fair kämpfen Und Anne auch Du hast ja noch nichts gemacht Aber sie heißt doch Anonymous Nee, bin ich nicht Er hat Anne Nein geschrieben, weil Anne sich dann ausgezogen hat Können wir Anne auch... Können wir Anne auch erschießen? Oh nein Stuck 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 Ja ich hab keine Baffe verdammt OOOH FUCK AHHHHH Oho hier Tüßen sie jetzt mit der Portal Das war ein Friendship Beam My Spinos Au fuck Der ist nicht englisch lang Der dritte steht in Englisch lang heute Klappt mit der Portal dann Da ist schon was abgegangen Leute oder? Och die Leichen Leute wieder an der Leichenstelle oder? Die Leichen sind alle an der Stelle Die Leichen sind alle an der Stelle Und Tiger ist tot und McFly ist tot Nichts besonderes Oh du bist der Traitor Warum Koro? Koro hat nen Dead Ringer Koro hat nen Dead Ringer Koro glaub mir bitte Also du bist uns auch Also wenn hier einer den Dead Ringer hat Dann schieß es auf jeden Fall nicht Horchi Wo ist er denn? Oh der Granat hat mich erwischt Warum bist du so weit geflogen? Oh man Das war fantastisch Sehr gut gemacht Mein Friendship Beam hat fast alle geklebt Wer war das für ne scheiß Mapbaum? Kriegt man hier noch nicht mit ner Waffe Das war geil alter Lassen wir mal aus dem Map fliegen Das passt schon Ne ich bin ja aufgeschlafen Ich bin immer mit dir im Bar So zu den richtigen Orten laufen Hier ist immer ne Gun Die Guns liegen immer an der selben Stelle Ja das ist ja ne schlauer Kommentar Dann sagen wir mal hoch Das liegen doch auf der Map verteilt Waffen Das kann doch nicht so schwer sein Jeder findet Waffen außer dir oder was? Nicht? Jede Runde gleich im Weg und findet immer ganz viel Munition und Schot Ja das Spiel ist gegen dich Nils Die Waffen spawnen immer weit weit weg von deinem Spawn Die verschwinden wenn du kommst Die despawnen wenn du in der Nähe wirst Ihr seid doch auch gemein Heute haben wir hier ne Pisse Damit gewinne ich die Runde Ja du kannst ja Guck mal das ist schon mal besser Gibst du noch was für mich? Ne Mac Ten hätte ich gerne Ne Mac Ten oder die Jude Ähm Ich nehm dich Jude Bist du dagegen? Bist du dagegen? Ne die Tür geht nach Indien Oh quatsch also zu dir hin auf Bist du eingesperrt? Oh ne Waffe So als selbst eingesperrt Nein Oh hier liegt eine Waffe auf dem Tisch Oh ne da Oh ne da Nein Oh ne Geh weg von mir Du viel Waffen kann ich gar nicht tragen Wer sagt du bist gemein? Nein Was wollt ihr hier unten? Nein Shady Shady ich will die Diener Dann beschütz mich Dann beschütze ich dich Okay okay hier Heide Großer Da liegt meine Waffe Okay danke Heide Großer Heide Großer Heide Großer Heide Großer Heide Großer Pass auf Nils Hier sterben Menschen Nein Horchi ist kein Wo denn? In der Runde In der Runde Ich hab doch auf Horchi geschossen Ich werf den Insti rein Hui Da ist er Da Lu Schulde Hilfe Der Ja da hat er Ähm Scheiß Oh ey Hier mit Taschenlappe rumlaufen Und äh Dabei Dead Ringer machen Das funktioniert ja nicht so gut Warum kann ich mich einfach jetzt verstecken? Ich glaub das tut Ich hab keine Metara Granate Yes Herrje Oh Grant is down Bebe lebt jetzt noch Ich lebe noch So ich bin konfirmt Ich hab einen Dalu getötet Aber Traitor Ja Tja recht gehabt Ach Shigo So ist es halt Was machst du dann? Was ist das Dorf? Wo ist das letzte Schweinchen? Das versteckt sich noch in der Dusche Schauen wir mal was wir finden Wo bist du denn MacBly? Ich bin draußen Warum? Zumindest nicht da wo du die ganze Zeit rumstehst Aha Oh Heuchy ist tot Ich dachte du findest mich Dann kann ich dich erschießen Scheiße Du bist doch klein Das ist ja unglaublich Und zwei AP Wieso Wo ist denn die Hitbox bei dem? Ganz Ganz unten Max Ich hab mir den Big Ten aus Narcos aufgeballert What the fuck Ich hab euch eigentlich schon richtig runtergeschossen Er war auch schon rot Er war near death Zwei AP Ich hab aber 6 Leute gekillt Oder sowas Ich hab's ja gesehen Ich stand da oben Anne ist aber auch weggerannt So Anne Das war lust Nineshell hat mir herumgealbert Nineshell gibt mir die Diegel Dann beschütze ich dich Ja ok Ich dachte erst Du wärst du tecntiv Und dann als ich gesehen hab Dass du keiner bist Nein Nineshell tust Ha Hau ab jetzt Hallo Hallo Das geht was halt Schau mal wer was wird Ich warte ich mach die Tür zu Tür zu Tür zu Ich bin mal zu fett Ich bin mal zu fett Zu fett Ahhhh Und jetzt Wird geschossen Wuhuuu Da liegen doch überall noch die Diegels Oh ein Hauser Was machst du gerade? Anne geh rein in die Zelle Ok Nicht in die In den anderen Detektiv Hier in die sieben In die achtze Jahre Geh rein Manners Kann ich in die Richtung des Detektiv schießen Hab ich aber Dann Goro ist frei zum Abschluss Ja 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 Mich auch Da ist eigentlich der andere Detektiv Nee Ich hab auch grad ne eigene Diegel Da ist noch ne Schott gehabt Mach doch mal Goro's falsch zum Abschluss Ne Kannst mich ja abschießen Hab ich auch gehört Spaß 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 Noch nicht Nein Ich bin Spaß Ich bin Spaß Er hat Spaß gesagt Obwohl ich das bereuen werde Goro Kenne aber leider keinen Spaß Ich töte Goro jetzt Dann töte mich doch wenn der so unbedingt wollt Die Huge ist auch der Spiel doch mit einem extra Traitor Ei Anonymo Wir sind da oben hier Da ist ja Das schenk ich dir Ja aber du bleibst doch nicht stehen Ich bin da Ich bin da G punto Graming Wo bist du Gute Griefing Gute Griefing Gute Griefing Ist das eine Inzi? Doch der da oben Ey, du schießt auf mich Ah, ah, Manus! Manus! Der Trigger Test Aua, Manus Manus Oh, scheiße der ist tot Tut mir leid Ich ergebe mich Ich ergebe mich Ich ergebe mich Ich ergebe mich Hallo Entschuldigung Entschuldigung Es ist keine Leiche hier Die über die Diegel wieder, Dankeschön Warte, hier kannst du haben Ich hab ne Shotgun Vorsicht, tschau Hier sind Leichen Hier sind Leichen, Anne Du kommst von hier Da ist Anne tot Wer lebt jetzt noch? Da hat er, der Gegend Könnt ihr das an? Ich bin da vorne reingerannt Ah, er ist hinter dem Haus Ja, wo ist er? Ja Keine Ahnung, wo ich das beschreiben soll Er ist auf jeden Fall draußen Hab ihn Oh Gott, ey Egal Die Sätze waren es noch, oder? Du hast da eigentlich gehofft Warst du irgendwas gekauft in dem Moment? Nein, nein, ich hab einfach nur da gestanden und gewartet auf jemanden Wir wollten eigentlich mit Abstellmänner um die Ecke kommt Ja, weil ich dachte, wenn ich dich jetzt nicht töte, bin ich tot Ah, die Taube war episch Ah, die Taube war episch War mir auf jeden Fall schon komisch, dass er da rumstand Das war ja auch komisch Das war ja auch komisch Suspekt Das ist super Ey, nee, 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 du bist aus dem Gang Lass uns raus, ey, ich baller dich alle ab Oh, Anne ist es, Anne ist es, Anne ist es Anne ist es, Anne ist es Anne ab Du verarschst mich, Dalu will mich verarschen Dalu Dalu Detective im Knast Komm zum Goro Halt, warte mal Leitchen, hast du wieder auf jeden geschossen? Nein, das war heute Drei Sekunden Du liegst auf der Granate vor deinem Knast Ach, Scheiße Ich hab einen geilesen Trait auf deine Nase Ja, du bist bereit zum Abschluss Oh, wer sagt das? Der Detective, der sich einsprennen hat? Ja, du hast mich eingeschossen Nein, ich hab die Waffe gemacht Soll ich mich wieder aufmachen? Ja, bitte Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen Was? Warum? Du brauchst nicht wiederbeleben haben Es ist Krabson Zwei Trailer sind schon da, das ist alles super Weil du mir permanent hinterher wendest Und dich immer wieder findest Ja, wo bist du eigentlich hin? Da bist du Ja, ich glaub das ist nie ein Diffi Die ganze Zeit hinterherläufst Wo bist du denn da bist du? Hallo Nightshade Ah herrlich Ich hab nur McTennen, also von daher keine Angst Nightshade lebt wieder Nightshade ist safe innocent Und der Mörder, der da noch drin ist Wir haben hier Krabs Ich möchte bitte wissen, wo Dalu Card ist Ach hier In der Menge Auf ihn! Auf ihn! Er ist der einzige, der nicht hier ist Ich teste alle Ich teste einfach alle Alle? Tja, der ist nicht mehr, verdammt Haha Glauben wir ihm? Ich weiß es nicht Geh weg! Er ist im Keller! Er ist im Keller! Er ist im Keller! Ey! Und dann krieg ich wieder Minus-Karma, weißt du? Dann wurde der Fall gelöst Ich guckte nur so, sah das Tee über deinem Kopf Und denk so, okay, das war nicht so geil Guck mal in die Zelle Ich wüsste es war ne Verabschung Ich hatte keine Waffe am Anfang, das war echt mies Ja, auf der Map gibt's auch kaum welche Ja, das ist echt Horchi hat einfach einen Lackschadgel gesetzt Das war mit Iboni, du Nase Du hast mir so richtig gescheuert Dankeschön, wirst du öffnen Horchi hatte noch so ein, zwei HP oder so Ja, oder 30 Ist mir noch was übrig? Ach, hier ist ne Waffenkammer, gut zu wissen Ne, da ist kaum was drin Hat ihr unten schon ein bisschen Gehäuber? Viel Spaß Oh ne, ich bin Detektiv geworden Oh, ihr wurd geschossen Gorobai, hauen ab Gorobai, sag mal was bitte Hallo Hallo, okay Hey, hey, hinter dir Hat Dardo jetzt rumgebracht? Oder andersrum? Reitschild frei zum Abschuss Okay Sagt wer Max, wie sollst du so wenig lieben? Weil ich direkt am Anfang weggeschossen worden bin Okay Du hast ihn noch erschossen gerade Nein, hab ich nicht, identifizieren, los Ich hab's doch genau ge- Was ist mit Ando? Was ist mit Ando? Mach die los, die linke Maus Schnell Schnell Wo sind die Leichen? Call mich bitte Wo sind die Leichen? Leichen? Wo sind's denn? Mach weiter Leichen, Leichen, danke vielen Dank Weitermachen Du kannst einfach eine gute Waffe haben Dankeschön Wer hier steht Du versuchst Wir versuchen's So Oh Gott Hängt C4 Am elektrischen Stuhl hängt C4 Flieg weg 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 Leute, passt auf, am elektrischen Stuhl hängt die Bombe 25 Sekunden nach dir Kann ich Nightshade erschießen? Ich hänge das Wecke Nightshade, wir stehen an der Bombe Der Ach Gott, der Horchi, du bist ein Arschloch Horchi Leute, kommt zu mir, ich bin Inno Alle herkommen Ey Ihr müsst alle schnell herlaufen Ah Das kann doch sein Wow Wie ist das denn? Toll Horchi, toll Toll Horchi Ganz klasse Du hast die Bombe gelegt Ganz toll Horchi Es wurde ein Fehler gemacht Ja, oder Schau mal nicht Das ist Teamplay Nightshade hat sich da unter der Treppe versteckt Und dann lief ich da vor Burner Und dann hat mich festgehalten Und dann sind wir da fest Das ist Teamplay Boah, der Anfang war so gut, ey Wir hatten auch abgeballert Ja Hätte wäre Das war wohl mein Mirror Fade Achso Ich hab dich gar nicht gekillt Doch, mit der Bombe Die ganzen guten Waffen sind jetzt weg Ja, die ganzen Waffen sind weg Ich hab nen Shotgun Ja Ich hab nen Shotgun Hier in der Zelle ist noch ne Waffe Oh, ne Waffe Hier ist ne Waffe Da ist ne Waffe Oh, guck mal ne Waffe Ne Degel Die ist meine Was? Ah, Goro Ach man Oh, Grants hat auch nicht geschossen Grants hat auch nicht geschossen Oh, nicht getroffen Das ist schlecht Ist das hier die geile Ja, ist das nicht getroffen Einfach zu schlecht Ich war zu schnell Darf man das jetzt nicht mehr, oder was? Wir sind hier im Knast, hier Gäldner WIi Oh, McFly fliegt Was schützt Äh Mh, rennen mich alle im Kreis? Hallo? Da flog nen Zing 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 Warum schützt Manus? Don't McFly had a farm Zing 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 Boah, jetzt so ein Beam, ey Oh, oh Oh, das ist Detective Also 4 Trader jetzt Woah, 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 Anne Der Detective hat keine Waffe Noch Manus Kannst du eine geben? Hallo Arne Ist doch gar nicht Wieatticript Was? Crabz, ist es Crabz war doch hier Weil, Crabz ist es Das ist ein Argument, definitiv Ja wirklich? Krabs is it Wenn Du schießt klar, Krabs? grabbed auf mich geschossen KaAaaps is it Ich bin hier mit dem Jetpack hochgeflogen Ohe,Force també wollen ihn auf mich tasten! Ja Du hast was mito Какar Töte Goro, Manus! Manus, tu das nicht! Töte Granz! Ich hätte ja immer noch hier! Manus, mach Granz mal! Mich triffst du aber nicht! Mach auf Granz! Mach auf Granz! Dead Ringer Test! Wieso? Wenn ich jetzt steppe, ist es Goro! Schießt auf mich! Goro, Goro, Goro! Goro, Goro, Goro! Selbst wenn ich am... Selbst wenn ich am Boden... Ich glaube, ich sterbe, aber... Nein, ich hab Goro erschossen, aber ich denke, ich wird sterben. Ey, 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 ey! Good Gaming! Nicht machen! Dead Ringer, Dead Ringer! Los, mich in Ruhe! Ähm, ist der irgendwo nicht mehr eingeschlagen, oder? Der ist hier ganz hinten in der einen Ecke... Wenn ihr gut Gaming seht, drauf schießen! Ja, ich hab doch gut Gaming schon eh confirmed! Wo ist er denn? Der ist tot! Achso! Ne, doch nicht! Ich hab noch EIN HP! Aber ich hab ihn als Traitor confirmed! Wo ist denn hier so ein Detektiv? Manus, kannst du mich heilen? Ähm, warte! Ich hab EIN HP! EIN FUCKING HP! Puff! Ne! Wer hat dir Puff gesagt? Ich hab hier im Busch! Ich hab für das Midi-Kit leider kein Wann noch nie gefunden! Weil ich für diese... weil ich die Stun-Gang gekauft habe! Wegen Lu ich eigentlich gerade Good Gaming! Wegen Spielereien muss ich auch so sterben! Dankeschön, Manus! Dankeschön! Wieso? Ich hab da mit GORU jetzt Abend! Hast du erschossen? Was? Lebst du noch? Warst du gerade eine Ecke gewesen? Nicht schießen! Danu, nicht schießen! Wir haben doch einen Traitor gekillt und einen confirmed! Ja gut, Gaming lebt immer noch! Fuck! Wer zündet denn die Dinger hier immer? Das war doch Danu, oder? Bist du bescheuert? Ne, Entschuldigung! Mach hier nicht einen auf Anne, ey! Ich hab einen Traitor gekillt! Ja, du hast den Traitor schon, ich weiß! Aber du stehst hier in der Ecke und ziehst genau... Könnt ihr jetzt mal Good Gaming jagen, bitte? Ja, wo ist er denn? Der lebt noch! Ja, irgendwo! Ja, der läuft hier auch irgendwo rum! Wie zbrollt! Ich guck mal hier mit dem Radar! Ah, da hinten sind sie! Wie viele leben da noch, Manus? Ich bin doch auch Detail! Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh Gott, so viele! Sechs! Mit dem Detective 6! Hier ist gerade ein Deadwinger eingegangen! Ja, irgendwas ist hier! Da ist er! Ich hab ihn! Ich hab Nils! Ich verkrieg mich hier, okay? Wenn wir Horchi als... Wenn wir Horchis Leuchel finden... Dann bin ich safe! Also Anne und Danu sind safe! Ich auch! Ich auch! Also ist es Scraps oder Horchi? Hey! Anni schießt! Ja, Kraps schießt! Sag doch, es ist Kraps! Wo ist er denn? Da! Na da oben! Er ist vorne! Ich hab kaum Leben, ey! Scheiße! Dieses Gepulsiere an meinem Bildschirmrand geht mir voll auf den Sack! Ja, mir doch auch gerade! Meine Fresse! Da ist ein Deadwinger drinne! Ach, Alter! Das gibt es nicht! Man kann Dalu aufs Nester nehmen und nur Pumpgun anschießen, ey! Ich hab dich auch zweimal anschießen müssen, bevor du gestorben bist! Genau wie andersrum! Ja, aber ich hatte den ersten Schuss! Ja, aber ich hatte den ersten Schuss! Ja! Hallo! Du hast... Mit dem ersten Schuss hast du mich ja auch getroffen! Ich hab dich ja auch nicht getötet! Oh, dude! Winter Rama! Und du darfst mit der Shotgun... Ich weiß nicht, ob du das machst, aber schreib mir mal viele in die Kommentare! Das ist total unnötig... Äh, logisch und unnötig! Äh, die schreiben immer mit der Shotgun auf den Kopf ziehen! Was totaler Schwachsinn ist! Das ist genau das... Ja, nee, das mach ich auch nicht! Körper macht mehr Schaden, ja! Ja, natürlich, weil ja viel mehr Kugeln treffen! Das ist irgendwie logisch! Naja, der Schuss am Kopf macht mehr Schaden... Ja, dann trifft ja auch vielleicht nur eine Kugel! Ja! Das wär gleich mal ein paar gute Gaming... Aber, aber wenn du eine Kugel... Jetzt mal angenommen so im realen Leben, ne? Ey, du bist ja direkt weg, wenn du einen Shotgun im Körper hast! Ja, aber auch wenn du nur eine Kugel bekommen hast! Aha! Sehr interessant, woher wusstest du das, Chris? Was, dass da jemand vergewaltigt wird? Diese vergewaltigt sind einfach hier Leute! Rance, erklär mir nicht! Bleib stehen! Und erklär mir nicht! So, jetzt komm erst mal ab in die Dusche! Komm hier mit in die Dusche! Vergewaltige dich den Nächsten! Oh, oh, das ist ne Funnel! McCray ist frei zum Abschluss! Er wollte den Detektor kaufen! So, wer hat da die Guarnate geworfen? Es war... Ich hab nicht gehauen! Frei zum Abschluss! Wer? Nein! 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 Ich weiß was was passiert jetzt! Ja! NITHJET! Ach so, sieh es! Grrr, es sterben Männchen! Du ist so ein Penner! Eie! Ich hab dich etwa! Ja... Du hast das... Neidisch gesehen... ...ich soll deine Identität haben... meter, 캐�lоко, estado ich... Anne, Anne ist es auch. Ich bin nicht bei Shigo. Ich bin nicht bei Shigo. Ich bin nicht bei Shigo. Lass sie mich doch wenigstens identifizieren. Rens, hüpf mal. Als der da mit der Chrome-Hanker hat. Anne, mach das doch. Und wir du bist, und wir du bist. Du identifizierst immer noch nicht. Anne, Anne ist es da drin, Leute. Folgt dem echten. Booty, 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 bitch. Und Crabs, warum hast du mich jetzt angeschossen? Au, das hat weh, wer war das? Wir haben DNA von jemandem, der tot ist. Wenn ich gleich tot bin, dann hier, äh, hab ich ein Defi. Kann ich den Defi lieber kriegen? Könnt ihr mich wieder vernehmen? Nein. Oh, ja, da ist er. Down, down, down. Ich hab die Ruhe getötet. Was? Ja. Er schießt da schon wieder. Oh fuck, eine French Beebe. Eine French Beebe. Na Mist, jetzt kann ich... Ach, scheiße. Hier ist jemand tot, McFly. Ah, bist du das, Brad? Wir sind hier im Knast und irgendeiner wirft Giftgas. Giftgas? Giftgas. Oh oh, ich hab's gehört. Oh, der Knast leuchtet grün. Schön zur Weihnachtszeit. Das ist ein Mist. Wo seid ihr überhaupt? In den Katakomben ist kein Arsch von euch, ne? Die ist oben. Ach so. Ah, scheiße. Da hast du recht. Oh, shit. Na, das ist ja auf der Falle. Du schießt auf. Ne, no, Grants. Ich bin's doch. Ach so, sag das doch. Halt auf. Hinten. Hinten. Ey, hast du ein Baby an mir geworfen, du? Nein, hab ich ihn nicht. Hinten. Ich hab einen D4 aufgesammelt. Ich hab einen gekauft. Aber ich hatte Invalid Target erst, deswegen hab ich mich weggetan. Letzte Runde jetzt. Oh, sorry. Okay, das ist klar, danke. Ich wusste rufen. Ich glaub, wo ich nicht hinschießen darf. Grants, ey, pop da. Ich hab das Messer gesehen. Hey, ich dachte auch. Als wir hier rausgerannt sind, dann haben mich auf einmal ganz viele Leute gesehen. Da dachte ich auch, irgendeiner hat's doch gesehen. Dann kommst du mit der Crowe bei hinten hergerannt. Ich wollte erst einfach direkt mit der Shopgar. Nimm dich. Ich dachte, da hab ich mich verguckt. Sag mal, hast du so ein Kapuze gemacht, oder? Hallo. Wer dich hier gekickt hat? Weg. Er war weg. Und dann hat Horchi schnell umgemacht und mir Horchi-Sanisieren gemacht. Ich war voll gut, oder? Hab drei Uhr gekillt. Ich hinkbar jetzt nicht. Als Dalu Horchi. Ey, mach bitte. Das ist nicht doch durch. Ich mag den grünen Banner nicht. Durch gibt's nicht. Durch. Durch ist aus. Denkst du lieber schnell hier gekillt? Schwachsahne? Ja, ha. Ja, ich fang kehlst dich und bist zum Ende auf. Nein. Aber ich hab keine Waffe. Vielleicht hab ich eine Waffe, dann wird das nicht mehr so läuft. Winteramara. Hier gibt's ja gar keine Waffen. Doch, ich hab ne. Ne. Ne McTenner. Hier gibt's nur die Waffen. Meine Sprüngung ist leer. Ne. McTenner. LeMil da wird drinnen. Ich hab keine Waffen. latest mal Orbit genommen. Anne war's. Anne war's. Mano. Mano. Ich sterne dich sicher nicht. Warte, schieß denn keiner auf Anne. Wir schießen doch. Hast du das in die Headcrups? jetzt kommt er welche Richtung? oh Gott, da sind zwei das war knapp egal das sind zwei direkt was? Tatsache ich bin kein Trader Doppel Rainbow Taste the Rainbow Aua, 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 ich nicht Aua, ich... Anne ist sehr suspekt, ich hab sie schonmal ich hab den getötet Aua, ich wurde angesnipet Ne, da du kannst auch tot Manus? Manus war das, Manus hat alle gepäusent weil du der einzige warst, der aus der Richtung kam und sich ganz schnell umgedreht nachdem der Schuss fiel Soll ich auf Manus schießen? Halt mich doch mal, statt hier so rumzupacken Na, hier steht Horschi Ja, ich bin in der Ecke Ja genau Good Gaming ist es Es ist Good Gaming Was für ein Quatsch Na, kann Anne jetzt mal leise sterben Sollte das jetzt... Ah, diese Schmerzen Ich hab den Grapplehof gesehen Oh, wir müssen die echt verkürzen dieses Bleib doch mal hier Bleib doch mal hier, Anne Stopp, Anne Ja? Good Gaming ist es Wie geht das, Bob? Heil... nur Heilung geht Antidot Nein, das geht nicht Ja, ist mir aufgefallen No Na Na Ja, tot ist er jetzt Aus der Luft geholt haben wir den Vogel Ja, da bleibt der Letzte ja nur McManus Jo Ja, genau Ja, muss es ja, McManus Hä? Ja, wer soll's denn sein? Wir haben gerade... Wir haben gerade Good Gaming gekillt Keine Wurde sein Ja, wir schauen Ausschluss vom Frauen Tschüss Tschüss